Schalalalalalalala 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 Elbispaum heizgebün Schalalalalalalala 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 Elbispaum heizgebün Schalalalalalalala Schalalalalalalala Schalalalalala Na lala lala, ey, oho haver he e, ohowar Na lala lala, na lala lala, ey, oho Hier, der denn der SSV Hier, der denn der SSV Hier, der hier, der SSV Hier, der denn der SSV La lala la la WALZER! FSGo! Wir kommen in unserem Städtchen, unsere Uhren laufen nicht nach Plan. Wenn es bei euch schon fünf vor zwölf ist, fangen wir erst richtig an. Uns kann nichts passieren, denn wir sind ja nie allein. Überall auf dieser Welt wird irgendwo ein Mainzer sein. Denn wenn du im Leben nichts vermisst, du ein Mainzer bist, mehr als ein Mainzer kann ein Mensch nicht werden, mehr als ein Mainzer kann ein Mensch nicht sein. Ich war noch nie in Cottbus, in Hannover und Berlin und ich fahr auch nicht nach Mannheim, das macht wirklich keinen Sinn. Doch ich war schon mal im Finde und Arin Gunsenum, im Münchfeld und am Profisch. Ich komm wirklich viel rum. So mach doch nette Pralle, das ist ja wohl ne Clou. Jetzt halt doch mal dein Maul und nimm er zu. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Und wenn man was zu sagen hat, Ja, wenn man was zu sagen hat, Da gibt's nur eins. Wir sind bald aus Mainz. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Und wenn man hier geboren wird, Ja, wenn man hier geboren wird, Ist man die Nummer eins. So ist das all in Mainz. Wir haben unseren Gudebatsch, Der Dom und Nacht der Roy. Und die 05er sind ganz sicher, Weil beide Champions League dabei. Ein Jahreszeiter haben wir, Eine mehr als ihr. Das sind wir immer lustig. Weil weg war's treu und bier. Du mach doch nette Pralle, Das ist ja wohl ne Clou. Jetzt halt doch mal dein Maul und nimm er zu. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Und wenn man was zu sagen hat, Ja, wenn man was zu sagen hat, Da gibt's nur eins. Wir sind halt aus Mainz. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. Und wenn man hier geboren wird, Ja, wenn man hier geboren wird, Ist man die Nummer eins, So ist es halt in Mainz. Und wir brauchen auch kein Stutze, Kein Schuhe oder Strümpf. Die Rats, die kriegt ihr barfuß Hier bei Mainz 05. Ja, wir sind Mainzer und ihr Nett. 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 Und wenn man was zu sagen hat, Ja, wenn man was zu sagen hat, Da gibt's nur eins. Wir sind halt aus Mainz. Ja, wir sind Mänser und ihr nett. Und wenn wir hier geboren werden, ist man die Nummer eins. So ist das an dem Mänser. Ja, wir sind Mänser und ihr nett. Und wenn wir was zu sagen hätten, dann gibt's nur eins. Wir sind halt auf Mänser. Ja, wir sind Mänser und ihr nett. Naja, war nicht so angenehm. Aber gestern hab ich mir noch überlegt, für was ist das alles gut? Und mir ist eingefallen, für was das gut ist. Irgendjemand hat entschieden, dass irgendwann mal gezeigt werden muss, dass man tatsächlich einmal, zweimal, dreimal, vielleicht sogar viermal hinfallen kann und immer wieder aufstehen kann. Und er hat gedacht, es gibt... ... ...